Ja, es ist wunderschön hier, die Wellen rauschen. Das erfüllt immer meine Seele. Das, was mich so ursprünglich an dieser Situation interessiert hatte, das ist so dieses, dass da keine wirklich klaren Farben sind, dass das alles sehr verschwommen ist. Ah, dieses diesige und dunstige und dass dann oben die Sonne durchbricht. Das war für mich so die Krönung des Ganzen. Die Wasserspiegelung, naja, mal sehen, also da muss ich vielleicht noch mal ran. Da habe ich mich vermurkst, aber das ist so. Das war mir jetzt nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020